Das nächste Stück, was wir spielen wollen, da habe ich immer gedacht, was ist denn das für ein Titel? Also vom Namen her, jetzt wo ich das auf dem Kontrabass spielen muss, weiß ich warum. Das muss was mit Sehnenscheidenentzündung zu tun haben. Also das Lied heißt Sehnensucht, also nicht Sehensucht, sondern Sehnensucht. Und hat das tatsächlich damit zu tun, irgendwie mit Sehnenscheidenzündung? Also man weiß ja, die Pianisten sind auch öfter mal gehandicapt, weil die durch das viele... Ja, also das war... Manchmal kommt einfach das Leben dazwischen, verstehst du? Da war so ein Hund und man hat mit ihm gespielt und so, und dann hat er so einen Stock so, wollte ihn nicht loslassen. Dann hat er doch losgelassen und ich bin voll mit der Hand gegen den Zaun gekommen. Äh, mit der rechten Hand übrigens, genau. Und dann habe ich gegen den Zaun gekommen und habe mir voll die Sehnen hier verletzt. Es waren richtig so Klocken auf der Sehne drauf. Und das hat quasi anderthalb Jahre gedauert, bis das dann wieder verheilt war. Und ich konnte nicht mit rechts spielen, das hat einfach irre geschmerzt. Und dann habe ich einfach mit links einfach mir gedacht, oh, quäle ich mal so ein paar Kontrabassisten und lasse mir eine schöne linke Hand einfallen und mache dann nur mit den Fingern ohne Daumen spielen. Dann habe ich eine kleine Melodie nur mit den Fingern dazu gespielt und dann hatte ich so mal... Ich weiß jetzt nicht, ob ich lieber mit meiner Hand gegen den Zaun haue oder... Also wenn ich hinterher einen Lockungsdruck brauche, dann wissen wir alle, warum das so ist. Sehensucht! ...